Das zeigt ja, der Hessentag ist attraktiv nach wie vor. Er ist etwas ganz Besonderes, es ist das größte, auch das längste Landesfest, das es in Deutschland gibt. Und es ist das älteste. Der Hessentag ist ein Fest der Begegnung, der Information, der Diskussion, der Unterhaltung. Das gilt für das ganze Land. Und wir haben nun wirklich viel Erfahrung, das kann man sagen. Der Hessentag dauert zehn Tage, aber er wirkt mindestens für zehn Jahre. Alles Gute und lassen Sie es schmecken. Und wir trinken dann hoffentlich 23 bei guter Gesundheit auf dem Hessentag auch ein gutes, kühlendes, funktionales Bier. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.